So, also, ähm, ja, mal schauen wie lange wir spielen. Mal schauen, ähm, vielleicht machen wir eine Pause dazwischen, kann sehr gut sein. Ähm, ich habe mich wieder umgezogen, stellt euch vor, ähm, tut mir ja auch leid, aber ich bin jetzt lange nicht zufrieden gewesen und ich bin, ich weiss immer noch nicht, ob ich zufrieden bin. Also, ich will zu dieser Türe dort hinten kommen. Das muss ich hier durch. Gut, jumpen. Glücklich. Vorne, rechts. Und jetzt hier runter. Noch nicht. Oder nicht. Nein, das ist irgendwie nicht hier. Alter. Ich finde es einfach nicht. Ich finde es einfach nicht. Und jetzt. Toll. Genau gibt's Range. Geht. Ja, geht's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe wirklich von diesem weissen Angriff, den ich noch nie gesehen habe. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? AHHHHH! Wie weit ist das gegangen? Nein! Nein! Gewisse Angriff musste ich noch nie sehen. Oh Mann! 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 Ich glaube was da der Typ wiegt... Ich habe auch keine Ahnung Ja wir sagen wir machen 2 Tricks noch und denne machen wir halt mit großen Hühner. Nur geht da ungeschädter. Guck. 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 Er ist so random. Die Dote sind so random. Schönste ist ja dass er jetzt nicht wirklich viel Damage nimmt. Ich kann halt mal ohne Weapon Art versuchen. Also einfach mit kleinen Angriff. Mal schauen. Ich will doch das irgendwie blutig auslösen oder so. Mal schauen. Das ist ja, ich habe mal mit. Also auf dem Tote sind. Oh, das ist gut so. Ja geil. Klar bist du immer gehofft. Ja ja. Okay. Ich höre. Das Time ist so schwierig. Es sieht so einfach aus. Ja. Nein. Also nur R1. Macht mir gar nichts. Ja. Ah. Okay jetzt noch einmal einmal. Wieder mit Weapon Art. Ich versuche mal noch den R1 zu machen. Habe ich ihn da hochgeschickt. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, nein. Ah, man ist so ne Hurensohn. Oh mein Gott. Oh, das war's für heute. 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 Oh, da war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das ist doch... Oh nein, das war's für heute. Und das ist... Habe ich das Schwert überhaupt in zwei Hand genommen? Ich glaube es macht... Ganz ehrlich... Damage... Rein vom Damage macht es nicht mal einen Unterschied. Es ist so komisch. Es macht dich mal einen Unterschied. Ja... Ja... Zwar bin ich wirklich nicht geil... Aber es ist doch das Beste, was wir nachziehen. Ohne jetzt gross den ganzen Katalog durchzugehen. Ich glaube ich trinke das lästelige Spüte. Und zwar jetzt. Prostagio Angriff. 2-2. 2-2. Jetzt macht er wieder. 1-2. 1. Ab dann없en. Nein... Er hat das so früh gemacht! Richtig umverschämt. da 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 oh mein gott ja da ist es wirklich etwas schade wenn er diese scheisse macht muss ich es eigentlich nein ja also es ist nicht schnell das so zu machen ich hätte es einfach so klein sterben ist doch egal für rune wäre es nicht egal also es nimmt mich Wunder jetzt ist es zu testen wenn ich jetzt Wenn ich jetzt meine Rune verlor... also wenn ich jetzt gestoppen wäre und wegen dem meine Rune verlor hat Würde ich Jetzt hier gerade spawnen und runter fallen Oder... Ja, nicht Das sehen wir jetzt noch Aber ich bin wirklich eine Stunde, wie wenig, wenig Damage, äh, meine Waffe allgemein gegen das macht So habe ich schon viel schlimmer, viel gröberes gesehen So, ok Es sieht danach aus, wenn ich noch nicht aufgelatscht bin Dann, ähm, kann ich alle drei vier machen und dann sollte ich mich saven Ich will wohl Talisman ändern Und hoffe mal Dass das etwas bringt Jetzt bin ich so oft an dieser Kante perfekt runtergeheizt Oh Danke Jeez Tische was ist diese Kante? also das habe ich nicht gemacht Das habe ich nicht gemacht, sorry. Ich meine, er ist auf der Kante und dann macht er... Whoop! Also so whoop! Oh man... Ich gehe einfach hin, aber... Hier sollte es ja gehen, oder? Gut. Hier ist es garantiert. So, jetzt werde ich schnell sein. Wie schnell bin ich gesehen, ob ich zweimal gestorben bin. Ich bin nicht dringend. Die Zeit ist nicht dringend. Ich bin doch gerade der Rückwärm. Die Zeit ist auf der Schrausche. Dich, ich glaube. Ich kann jetzt dieses Spiel, Das war's für heute. 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 Wieso kann ich diesen verfickten Fahrstuhl nicht einfach hochmachen? Frau, es ist so dunkel. Du siehst es gar nicht, ob du da bist oder nicht. Fucking salamante Auge bruchst. Ich habe Angst, wenn ich einfach laufe, dass man über die Spalte drüber kommt. Und das macht er wahrscheinlich auch. Also bis zur Hälfte geht eigentlich einfach und dann wird er einfach mühsam. Wenn ich kann und zwini damage machen. Generell. Naa. Das ist safe gelangt. Okay. Okay. So dead. Okay. So. Okay. Oh, Oh. Oh, Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Betrug, ich habe gewicht, oh Gott Betrug, ich habe wille rennen Ich habe wille rennen Kann ich ihn hoch Bitte, danke Es ist einfach noch nicht clean Es ist einfach noch nicht clean Und es regt mich selber auf Nächstes Mal versuche ich den Talisman zu Die meine Stats boosten Mal schauen, ob das irgendetwas hilft Mal schauen Aber es ist auch wieder scheiss Für die ganze Folge Wo Einfach nur meinen Boss Der Hund Untertitelung des ZDF für funk So Jetzt zeig ich ihn mal zu ihm So 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 Jetzt fliegt sie Hä? Er geht nicht So 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 Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Bullshit. Alle Bucke. Ich bin so gefühlt. Washer? Ich bin so gefühlt. 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 Placidosax. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Das tut sogar sehr gut. So, was haben wir gesagt? Eigentlich nichts. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Ich bin so gefühlt. Kraft und Geist ist gut. Jetzt könnte man Geschicklichkeit aufbauen. Aber wir könnten einfach schauen. Also, das gibt wieder Leben. Das gibt wieder mehr Mana. So könnten wir endlich mal mehr. Oh, ich könnte sogar 3 Level. mehr Rüstung anlegen. Stärke boostet gar nichts. Geschick boostet praktisch nichts aus. Genau so wenig wie Weissheit. Und hier nichts. Ich kann nicht. Hier nichts. Ja, wenn wir Geschicklichkeit aufbauen. Wir haben 40 Geschicklichkeit. Und 60 Weissheit. Wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen. So. Mach mal eine Kondition. Wie viel brauchen wir zum Nachstell-Level eigentlich? Ja. So. Machen wir es so. Machen wir es so. Ja. Machen wir es so. Jetzt gefallen immer wieder. Einigermaßen. Yay. Was für ein Erfolg das wieder gesehen ist. Wow, oder? Ähm. Ja. Ja. Was soll man sagen. Ist aber nicht das Spannendste gewesen, oder? Ja. 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 Ich glaube das ist nichts. Ich erwarte hier ein Gegner, by the way. Nicht. Okay. Das Item. Okay. Ich bin sowieso wundervoll, was ich da noch als Projekt schalte. Das sind, ja, Segnungen. Glauben ist halt auch geil, allgemein. Ähm, mein bester Freund und ich, ähm, wir sind gerade an einem Glaubenbild dran und das ist ziemlich, das macht schon Eindruck. Also wirklich. Ähm, ja, ist halt eine mehr zum durchskippen, oder? Aber ja, mach das so. Ja, eben wie gesagt, tut mir leid, dass es nicht so spannend worden ist. Ähm, in dieser Folge. Aber ja, ich glaube jetzt, äh, in der nächsten Folge, äh, nein, kommen noch die, äh, kommen noch ein paar Boss. Und du, wenn wir dort, äh, dort, dort, dort fertig sind, dann gibt es immer noch Bossen, wo man, äh, kann machen. Bei denen bin ich einfach jetzt noch nicht gesehen. Aber ja, ähm, ich danke vielmal fürs Zuschauen und, ähm, ja, merci, dass du auch, wenn's vielleicht nicht so spannend ist, ähm, gleich zuschust. Und wenn nicht, hey, ich, ich hab Spass dran.